Nach vorne. Vielleicht haben wir da jetzt nichts. Die Füße links korrigieren. Hier ist ein ganzes Ding. Das ist total, gell? Ja, das ist noch ein Problem. Ruhig ein bisschen rechts raus. Korrigieren die jetzt ein bisschen mehr den Aufstand zu tragen. Aber da geht schon was. Auf Haltweg bei dir, oder? Und hier noch viel langsam links rüber wieder. Ein bisschen arm anbleiben. Genau. Sicherheitsabstand. Immer einhalten. Schau für zwei Teile. Die Bremslinge. Dafür ist die termische Blutverracht. Patrick, nicht mal. Komm rein im Platz. Über diese Baumreihe. Untertitelung.